Fußball-Zweitligist Jan Regensburg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Markus Paljonis vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der 30-Jährige spielt bereits seit 2014 für den Tabellenvierten und schaffte mit Regensburg den Durchmarsch von der Regionalliga in 2. Bundesliga. In der laufenden Spielzeit kam Paljonis allerdings erst in drei Partien für Regensburg zum Einsatz. Sprechende Person sollten wir absteigen, will ich unbedingt beim Wiederaufbau mithelfen. Markus Paljonis bei seiner Verlängerung im April 2015 ein absoluter Führungsspieler und eine prägende Figur der vergangenen Jahre verlängert bis 2020. März 2018, Markus hat sich beim Abstieg in 2015 seiner Verantwortung gestellt, war der Schlüsselspieler schlechthin für den direkten Wiederaufstieg und prägt unsere Mannschaft bis heute mit seinem unbändigen Willen, seiner Siegermentalität und seinen Führungsqualitäten. Der SSV Jan kann sich glücklich schätzen, eine Persönlichkeit wie Markus Paljonis in seinen Reihen zu wissen, sagte ja Geschäftsführer Christian Keller nach der Vertragsverlängerung.